Genug ausgeruht, weiter geht's. Wie soll's dann kommen? Friseur, weisst du, Arbeit ist Arbeit. Sleepy verliert nicht den Kopf darüber. Ach ja, Clementine. Sie war einmal hier. Warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite. Das Haus ist gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt. Gut zu wissen, danke sehr. Autsch. Was ist denn für ein komisches Gefühl? Richtig grobe Musik. Also gleich rechts, da lang. Oder besser gesagt, ne, einfach da lang. Sorry, falls wir übrigens hier ein paar Frame-Einbrüche haben. Okay. 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 Ist doch sicher im Achievement, wenn ich da alle eingelaufen würde. Schade. Oh, da war ich nicht. Schade. Ich habe versucht, einen Zielboot herunterzuladen, um der beste bei diesem Spiel zu sein, hat mir aber eine Mail hineingefallen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber jetzt kommt mir alles schräg vor. Nettes Bild. Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Sie suchte nach Informationen über alle möglichen sehr seltenen Gerätschaften. Seltsam. Ich habe ja jetzt das Spiel gemastert, dass es jemals gab. Aber wie das hier funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Kapiere ich. Hier regnet etwas nicht richtig. Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Sie suchte nach Informationen über alle möglichen sehr seltenen alten Gerätschaften. ... ... ... ... Tonin kenne ich nicht. Ich mag so ziemlich alles. Nettes Bild. Ich habe dieses Mädchen schon mal gesehen, glaube ich. Sie sucht nach alten Gerätschaften. Mein Lieblingsdrink ist Öl. Was ist deins? Nettes Bild. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch gross vorkommen. Sie wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften. Sie wohnen in der Residenz nicht wahr. Sollte. 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 Da waren die schon. Ist es nicht so was von cool hier im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Oh ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Hier ist es doch toll. Warum weggehen? B.J. Medki. Heute Abend im Goro 2 Club. Hey, Dumpfbacke. Wir können dich auch sehen. So doof. Aber ja, hier wird halt immer alles irgendwie überwacht. Kassettenband greifen. Hä? Diese Kassetten gehören uns. Weisst du nicht, dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jinma, Miko und mich tun. Die Lichter haben drei Sicherheitskameras installiert. Eins, zwei. Ich sehe zwar nur zwei. Um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Klaro. Jinma. Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unsere Residenzkameras installiert haben. Man muss einfach dem Kabel folgen. Sollte ziemlich einfach sein. Und dann bekommen wir auch die Kassette. Was soll das heißen? Du hast einen Charakterbogen vergessen. Ich habe eine ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Falsch. Tut mir leid. Ich weiss nicht, wo ich ihn hingeschickt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Mach ich mal deutsch. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Man kennt's. So gibt's hier so viele Möglichkeiten sich zu verstecken. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe letzten Monat schon erst an meine Kugellager geölt. Und wäre jetzt irgendwie lustig gewesen, wenn man an jede Tür kratzen könnte. Aber sonst gibt's hier auf diesem Stock nichts. Jetzt. Wait. Nur so möglich, weil es gibt ein Achievement, wenn ich in jede Kiste gehe. Und hier so viele stehen. Könnte ja sein. Das ist die andere Treppe. Und da haben wir die erste Kamera. So. One down. Bleiben noch zwei. Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht? Das Konzept gefällt mir. Da hinten ist eine Adresse. Es ist genau hier. Irgendwo in diesem Gebäude ist. Das ist mir klar. Aber wo? Vielleicht hier. Vielleicht hier. Vielleicht hier. Vielleicht hier drinnen. Okay, die eine Kamera ist da. Nee, spring doch da runter. Ach, minze Katze. Sind wir eigentlich, wie wir heißen? Ich glaub nicht. Und die andere Kamera ist da drinnen. Okay. Okay. hier drinnen. Nice. Durchgemacht, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn dir verdient. Kassettenband. Geniesse unser Lied, du wirst es lieben. Ja, ich finde die Musik nice. Für was ist das Kabel? Irgendwas muss man doch damit anschliessen können. Aber wo muss ich jetzt hin? Drei Punkte, grün, also dritter Stock. Zimmer 5. Oder Wohnung 5. Drei, zwei, vier, fünf. Ja, habe ich richtig geraten. Da ist das, was hier drin ist. Erstmal gründlich umschauen. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal wer du... Wer bist du? Was willst du von mir? Oh? Was ist das für ein Lied? Warte. Also hat Spalthasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr gross bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanonisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Aussenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Äh, gleich. Ich komme gleich. Ich möchte mich bloß ein bisschen umschauen. Sieht nämlich hier ziemlich alles interessant aus. Was du hier so aufgebaut hast. Bisschen spirituell eingerichtet alles. Bisschen spirituell eingerichtet alles. Bisschen?! Biness? Bisschen spirituell ist egal. Musik Musik